Das sind Tafelwerke, so habe ich sie jetzt irgendwann mal definiert, weil früher hatten wir Kachelbilder gemacht, das ist absolut, wie gesagt, das ist absolut irre, weil das sind keine Keramikkarren, sondern das sind Birkenholzblättchen und da kommen wir jetzt direkt auf die Technik, auf den Ansatz von Hendrik Urs Möller. Die Fotografie ist die Grundlage für sein Werk und die Fotografie kombiniert er oder kombiniert er zusammen mit Kompositgrund und mit Lack. In dem Fall hier bei diesen Werken ist nur das Kompositbild und die Fotografie, die digital bearbeitet ist und, und das ist jetzt das, was Kachelberg so fälschlich definiert, aber Tafelwerk oder Tafelschenberg dann doch vortrefflich beschreibt, aus einzelnen Kompartimenten zusammengesetzt zu einem größeren. Das hat einen ganz nüchtern und einfachen Grund. Es gibt bei Hendrik Urs Möller in der rechten Hand eine Behinderung, sodass er nicht große Formate alleine bewältigen kann, könnte, weil da einfach die Kraft und die Fingerfertigkeit fehlen und um aber zu einer Größe zu kommen, ist er auf die Idee der Kompositwerke gekommen, das heißt also aus vielen Teilen ein großes Bild. Und das lässt sich sozusagen jetzt unendlich fortführen, hat sozusagen in der Natur ein Schlittchen geschlagen und gleichzeitig ist er auch zu diesem Werk bzw. zu seiner sehr, sehr eigenen Technik gekommen, nämlich die Hauptzeit von Fotografie und anderen Materialien. Das heißt, es sind so eine Mixed-Media-Geschichte, die zwischen Collage, Collage hier die Grundlage, definitiv die Fotografie. Was hier bei diesen Werken, mit diesem Tafelwerk oder Tafelchenwerk besonders schön ist, ist, es geht nicht um Perfektion. Im Gegenteil, das nicht Perfekte schafft zusätzlich noch Leben. Es gibt hier einfach gleiche Versprünge, die sozusagen das gesamte Bild als solches nochmal beleben. Aber Henry Bruce Müller ist ein gewiefter Komponist im Sinne von Zusammenstellen der Bilder. Das sind alles letztendlich digitalisierte, also von ihm selbst fotografierten Tonken, die er wiederum zusammensetzt und die er im Verhältnis zum Bildgrund komponiert bzw. hier zum Kronleuchter. Und wenn wir jetzt wissen, dass diese Hausfassade im Grunde genommen die Galerie-Fassade, also ein Galeriehaus, die Fassade ist, dann ist das total spannend, denn dieser Kronleuchter, der so im Grunde genommen von Dijon inspirierter Designleuchter ist, wir sind mit Flaschen, die da auf diesen Trockner sozusagen aufgeständert sind und mit einer Lichtquelle. Das ist also ein Design, das existiert. Aus seiner Wohnung, mit der Fassade gegenüber, denn er lebt ja gegenüber der Galerie und in Verbindung mit den Tulpen ein wunderbares gesamtes Werkschaft. Seit ein paar Jahren gibt es aber auch ein sich distanzieren von der Fotografie und zwar in dem Sinne, dass die Fotografie zwar noch die Grundlage ist, aber negiert wird. Hier bei diesen Formen handelt es sich letztendlich um Fotografien von, wie sie substituiert werden mit Farbe. Das heißt, plötzlich entsteht Farbe und Form. Das Bildliche im Sinne einer Abbildung, nämlich die Fotografie, Darstellung der Zweige oder der Blätter wird negiert und wird mit Farbe ersetzt und dann, wie wie üblich mit seinen Kompositgold untergründen, wunderschöne Komposition schafft. Die Fotografie ist noch die Ursache, aber ist nicht mehr in der Erscheinung notwendig. Das heißt, es wird eine spannende, neue Werkgruppe, auch geschlossen seit zwei Jahren, die bisher nur in dieser Form bei den kleinen Formaten realisiert wird. Also weg zur Fotografie, hin zur Malerei, aber gleichzeitig sehr wohl die Fotografie, die wir bei diesen Kronleuchter Bildern, nach wie vor nutzen. Das heißt, es ist zwei Strategien verhandelt. Hier sind wir bei einem Tafelwerk von Henry Großmüller von 2012, einen ziemlich großen. Das ist Kirschblüten Ivory. Hier gibt es Kirschblüten Blau. Das ist sozusagen eine Schwesterarbeit, aus der gleichen Zeit, aber mit einer anderen Farbgrundlage. Und hier lässt sich das auch wunderbar erkennen, was ich vor heute gesagt habe, das Zusammenspiel zwischen der Fotografie, Lack, Goldgrund, beziehungsweise Kompositgold und wie er das zusammenbringt in einer Luftigkeit, in einer Leichtigkeit, die fantastisch sind, super Arbeiten. Eine weitere Gruppe, die schon auch in den 20ern, also über 20 Exemplare erzählt. Das ist die Serie der Ute-Vasen. Und damit haben wir auch übrigens die Verbindung zwischen beiden Ausstellungen Ute-Essig, die parallel läuft, Heiter bis Wolkig und Henry Großmüller von gegenüber. Denn diese Vase ist nichts anderes als ein Porträt von diesen, die ich eben in dem anderen Film besprochen habe oder vorgestellt habe, wo dann sein Vanitas-Motiv mit den verwelkenden Tulpen eingebaut wird mit dieser wunderbaren Begleitung der Schatten, die aber wiederum Ivory sind oder mal Schwarz oder wunderbare Kompositionen schafft. Da sieht man jetzt die Verbindung der beiden Künstler und das hat auch einen Grund. Sie teilen sich nämlich nur ein Atelier. Von daher gibt es so etwas wie eine gegenseitige Inspiration.